Ne Kinders? Oh ja, schwer, ne? Haben wir ganz schön geschleppt, ne? Ja, und so ein witziges Paket, ne? Mit Trommel drauf, kleinen Autos, Schüschen, Gießkanne, Mantel, Kleidchen, total süß. Das sieht total putzig aus. Ach Lucie, bist du eingeschlafen? Ja, ich weiß gar nicht, ob wir das überhaupt schon aufholen, aufmachen dürfen. Ja, vielleicht müssen wir das auch bis Weihnachten aufheben. Müssen wir eigentlich erst mal fragen, ne? Ja. Bei Andreas Paket war ja auch überlegen, aufmachen, nicht aufmachen, aber andererseits, ne? Ist ja nicht so gut, weil das Katzenfutter dann ja da so die ganze Zeit im Karton da steht und die jungen Wilden, ne? Den ganzen Tag drum herum scharwenzeln, ne? Ah. Ne? Geht da mal gucken. Ne? In meinem Apartment steht Rasenmäher und so weiter, alles drin, ne? Da krieg ich so Monsterkartons ja gar nicht so ein Stück untergebracht, ne? Oh. Bin ja schon so neugierig, ne? Ei. Aufmachen oder nicht aufmachen, Kinders, ne? Was denn, Stevie? Was denn? Ja, ich weiß nicht, ob wir aufmachen dürfen. Was meint ihr denn? Was meint ihr denn? Was meint ihr denn? Was denn? Hm? Aufmachen? Aber dann haben wir nichts für Weihnachten zum Aufmachen, Kinders. Ist euch egal? Oh, was denn los, Lucy Maus? Bist du so müde? So viel gespielt, hm? Ja, jetzt kommt euer Nachmittagsschläfchen, ne? Ja. Und Steli steht da hinten, will wieder ihren Balli. Ich arme Socke. Hehehehe.